Oh, Fractured Cow Shad, das Neue, es wurde gereverkt. Ja, das neue Cow Shad gegen Singularity mit Nicolas Cage. Bedeutet, ich kann euch sowohl das neue Cow Shad als auch Nicolas Cage himself und Singularity zeigen, denn auf diesem Kanal habe ich Singularity noch nicht vorgestellt. Glaube ich zumindest. Ne, müsste ich eigentlich nicht. Okay, Crowd Intervention. Ja, Nicolas Cage ist rausgekommen. Ich habe Dramaturgy, aber den Perk werde ich noch nicht verwenden. Den werde ich mir für den ersten Chase aufheben. Und zusätzlich habe ich ein relativ normales Bild, sprich Resilience, Adrenaline und Off-the-Record. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir einen Generator finden. Und dann werde ich euch gelegentlich mal zeigen... Oh, Jui. Werde ich euch gelegentlich mal zeigen, wie man Dramaturgy am besten anwenden kann. Eine witzige Anekdote. Wenn ihr Dramaturgy verwendet und ihr ein Item bekommt, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr tatsächlich auch Event-Items bekommen könnt. Äh, aber damit meine ich jetzt nicht Mad-Kids, also Event-Mad-Kids, sondern, äh, mehr Add-Ons. Bedeutet, ihr könnt, äh, ja, Odd Bulbs bekommen, äh, oder... Ne, Broken Bulbs heißen die, glaube ich, das, äh, Event-Add-On für die Flashlight. Äh, oder beispielsweise Refined Serum. Boah, Jui, ey. Was hab ich bitte wieder für ein MMA-Run? So, äh, so benutzt man Dramaturgy am besten. Einfach mit Chase und im Notfall, äh, wolltet ihr? Im Notfall wolltet ihr, was hab ich aber nicht gemacht? Er hat sich selber gemeint, gamed. Äh, ne, genau. Normalerweise nutzt man's eigentlich, wenn man schon ein bisschen Distanz zum Killer hin hat. Aber das war in dem Fall nicht der Fall. Geh, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts. Oh Gott, was macht die denn hier? Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich tu... Ich weiß, wo er ist. Scheiße. Nimm sie, nimm sie. Danke, danke. Bye. Tut mir leid, Schabber. Das wollte ich nicht. Oh Gott. Oh no. Ja, ich wollte die Perk vorstellen, right? Hab ich ja gut hinbekommen. Hab ich ja perfekt hinbekommen. Großartig. Ihr solltet, wie gesagt, Dramaturgie anwenden, wenn ihr schon ein bisschen Distanz zum Killer hin habt. Denn wenn ihr es zu nah am Killer macht, kann der Killer trotzdem noch aufholen. Der Killer ist etwas schneller trotzdem. Von daher... Beziehungsweise der Lunch von ihm. Von daher, wenn ihr so eine Distanz von 10 Metern habt und ihr dann Dramaturgie verwendet, ist perfekt. Das geht eigentlich völlig klar. Okay, super. Willst du mich heilen? Oder? Ja, danke. Okay, die Schabber ist schon das zweite Mal am Haken. Das ist nicht gut. Und der Killer hat Zloppy Butcher. Bedeutet, der hier, der wird Jahre dauern. Da vorne habe ich irgendwie ein Item gesehen, was aufgehoben wurde. Das sah ganz komisch aus. Zumindest auf meinem Screen kann auch ein Grafik-Artefakt gewesen sein. So. Danke. Und eventuell kann ich euch jetzt nochmal zeigen, falls ich gechased werden sollte, wie man Dramaturgie wirklich gut anwendet. Denn der Perk ist tatsächlich ziemlich gut. Hier hätte ich ihn fast verwendet, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich hole mir mal eben einen EMP. Und würde sagen, dass ich mich irgendwann in Generate setze. Was ihr auch machen könnt, ist einfach Distanz aufbauen. Bedeutet, ihr nutzt den Perk. Und ja. In dem Fall wurde ich jetzt exposed. Das macht aber keinen Unterschied, weil der Killer ist hier nicht. Bedeutet, der exposed-Effekt geht auch nur, ich glaube, 12 Sekunden. Das ist so gut wie gar nichts. Also, ihr seid schneller vom Killer weg, als das euch hitten kann. In den meisten Fällen. Wenn ihr, wie gesagt, den Perk anwendet. Wenn ihr sowieso schon ein bisschen Distanz im Killer habt. Overall muss ich aber sagen, dass Chaos Shad besser geworden ist. Die Loops sind nicht mehr so stark. Ich würde sogar sagen, überwiegend schwach. Hier sind zwar einige, ja, einige Teils, die ziemlich neu sind. Und etwas nervig, so wie das hier zum Beispiel. Das ist die unsicherste Palette, die man sich so vorstellen kann. Oder da hinten einfach so Heuballen, mitten im Nichts. Äh, Cautry ist gleich geblieben. Main Building wurde genervt. Und zwar drastisch. Äh, beispielsweise gibt es diese God Windows. Und, äh, die starken Unbreakable... Äh, die Unbreakable Vaults, ja. Wer kennt sie nicht? Die starken Unbreakable Vaults, die gibt es nicht mehr. Äh, daher, äh, die Map wurde schon sehr gut genervt. Und die ist auch, ich glaub, halb so groß nur noch. Also, die Map, äh, Größe wurde tatsächlich auch geändert. Ja, ich glaub, ich muss zum Abhaken gehen, oder? Oh, scheiße, sie tötet sich. Ja, ich muss auf jeden Fall zum Abhaken gehen. Mein schöner Generator, ey. Bitte töte ich nicht. Bitte, Yui. Ich beeil mich. Ich komme. Alles gut. Okay. Schnell, 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 schnell. Bitte Double Speed. Danke. Double Speed kann man bekommen. Und das ist dann basically ein... Ja, Sprint Burst. Eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ziemlich nice, wenn man das vor allem im Chase bekommt. Ach, du Scheiße. Ja, okay, die muss gehen. Renn. Oh, Mann. Oh, Mann. Debt by Daylight. Immer wieder ne Freude. Oh, scheiße. Cree droppen gegen den Killer. Vor allem, wenn er im Overclocked-Modus ist. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, da muss ich ihn hier tanken. Hier vorne arbeitet die Shiver leider am Generator. Der Nicolas Cage kann sich leider nicht selber aufheben. Ist Shag noch aktiv? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Nein. Natürlich nicht. Nein. Lass mich. Hilfe. Wo bin ich? Ah, fuck. Egal. Ja, die Shiver hat sich natürlich jetzt verraten mit dem Generator. Ich kann verstehen, warum. Wegen Ruin. Aber sie hätte den Generator nicht fertig machen können. Ach wohl, nee. Ruin wurde gecleanzt. Ja, wird nichts. Wird nichts. Geh. Hätte ich dem auch so sagen können. Okay. Was schaue ich mir hier gerade an? Das Match ist vorbei. Oh, no. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. Bis gleich. Okidoki. Tauber Landing. Ich habe mich auf die Map gesendet, weil ich dachte mir so, gut, wenn ich schon mal das neue Kaoschad zeige, kann ich auch gleich mal die neue Map zeigen. Und ja, ich habe gleichzeitig auch einen neuen Skin ausgewählt für Nicolas. Haben wir einen Generator? Wir haben hier einen Generator. Und tatsächlich können wir auch alle daran arbeiten. Super. Ich habe ein neues Build. Und zwar einmal Plottwist. Dramaturgy, Low Profile und Scene Partner. Bedeutet drei seiner Teachables. Und wir spielen gegen einen Clown. Wow. Okay. Ich weiß gar nicht mal. Ist das eine schlechte Map für Clown? Schreib es mir in die Kommentare. Oh nein. Der kommt natürlich genau hier hin. Und wie ihr schon seht, sobald ich Line of Sight mit dem Killer habe, schreie ich einmal auf zwischen ein und drei Mal und sehe die Aura des Killers für, ich glaube, sechs Sekunden. Jetzt zum Beispiel ist ein guter Moment, um meinen Perk zu verwenden. Denn dadurch kann ich so ein bisschen Distanz aufbauen. Und hier schaffe ich es dementsprechend auch schon zu einer Palette. Okay. Der ist gerade mit jemand anderem beschäftigt. Ich würde mal sagen, ich gehe in Richtung Main Building und schaue mal, dass sie vielleicht da oben an einem Generator arbeiten. Denn der hier ist tatsächlich ziemlich wichtig. So, dann haben wir auch schon den ersten Generator fertig. Und dann gehe ich mal nach da hinten. Schaut mal, was man machen kann. Ach schade, es geht nicht mehr. Die haben eine unsichtbare Wand dahin platziert. Schade, man konnte da früher, vor dem letzten Update, konnte man da noch runterspringen. Okay, okay, dann halt nicht, dann halt nicht. Machst du mit mir? Danke. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Cheryl bekommt auch einen neuen Legendary Skin. Für die Leute, die nicht wissen möchten, was, weil es ist ein Leak, spurt jetzt gerne mal 10 Sekunden vor. Ab jetzt. Cheryl wird Maria als Legendary Skin bekommen, bedeutet, äh, der Counterpart für, äh, James. Und, äh, da freue ich mich drauf. Das Artwork, was geleakt wurde, sah sehr cool aus. Dementsprechend, äh, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Okay, da vorne. Der Weihnachts-Skin. I love it. Kein Painless, aber wir schaffen es nicht. Sie wurde gegrabt. What? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte töte ich nicht. Alles ist gut, alles ist gut. Oh mein fucking Gott, hör auf. Okay. Ich bin zwar exposed, aber das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja, die Sarina wollte sich am Haken töten. Ich muss sie exchangen. Oder zumindest probieren. Ja, gut, dann mache ich hier hinten den Generator weiter. Ah, Dead by Daylight. Die Leute sind so zart beseitet. Es ist echt anstrengend manchmal. Gestern habe ich sehr viel gespielt. Und gestern war es eigentlich ganz okay. Aber vor allem zum Release-Tag hin des Updates war es wirklich eine Katastrophe. Und ich habe das Gefühl, ich muss gehen. So, wo ist sie gedownt worden? Da drüben. Okay, gut. Ist relativ weit weg. Dann komm mal eben her. Willst du dich heilen lassen? Okay, du heißt dich selber, dann mache ich den Generator hier weiter. Ich glaube, er wartet einen potenziellen DS aus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber bis dahin müsste der schon... Der müsste eigentlich schon abgelaufen sein, wenn sie es hat. Vielleicht auch ein Painless. Vielleicht hat er sich je aufgehoben. Nee, hat er nicht. Okay, gut. Ja, ja, alles ist okay. Ja, ja, ja. Macht den Generator mit mir. Hallo? Ist sie DC? Spiel ich schon mit Bots? DC-Bots sind übrigens auch jetzt schon ein Ding. Also, die sind schon implementiert worden. Funktioniert auch sehr gut, tatsächlich. Das Traurige ist, manche der Bots spielen tatsächlich besser als Teammates, die DC-ed sind. Das ist, äh... Leider sehr ironisch. Okay. What the fuck, man? What the fuck? Was ist heute los? Ich... I'm sorry. Wirklich. Ich wollte ein normales Video aufnehmen. Ich dachte mir nichts dabei. Ich dachte mir so... Oh, Nicolas Cage kam raus. Ich lieb Nicolas Cage. Also mach ich ein Video. Aber... Ja. Ein Video machen. Ja. Immer... Immer wieder spaßig. Na, das ist ja ganz witzig. Aber... Ich wünschte einfach, ich könnte ein bisschen besseres Gameplay abliefern, als was auch immer das hier ist. Ja, ich mach jetzt einfach das Totem, einfach nur um... So ein bisschen Blutpunkte zu bekommen, weil mein Ziel ist es ja, Nicolas Cage auf Prestige 100 zu kriegen. Ich bin aktuell Prestige 7, also ich bin schon relativ weit, aber... Hab noch einen relativ weiten Weg auch noch vor mir. Dann mach ich hier nochmal das Totem. Witzig wäre es, weil er jetzt Pentimento hat. Oh Gott, ey. Ich mag den Skin hier von Nicolas. Der hat so ein Schlangenleder. Bedeutet, wenn ich mich hier verstecke, ist das eigentlich ziemlich Camouflage. Sehr cool. Bitte töte ich nicht. Ne, sie tötet sich nicht. Sieht einfach nur so aus. Gut, dann komm mal eben her. Der Killer weiß nicht, wo der Nicolas ist. Okay, ja, super. Super, danke. Also, meine Fresse. Meine Güte. Sind eure Matches auch so schlimm in letzter Zeit? Keine Ahnung. Ah, jetzt möchte es geheilt werden. Gut, dann haben wir zumindest nochmal einen Generator gemacht. Und wir sind maxed out mit Punkten. Awesome. Hier ist Basement, das ist gut zu wissen. Und ich dachte, da wäre nochmal ein Totem gewesen. Leider nicht, leider nicht. Dann mache ich hier einfach den Generator. Ich liebe das blaue Licht hier vorn. Die Pflanze generell, die Maps sieht großartig aus. Also, designtechnisch wirklich eine 10 von 10. Ich spiele auf Ultra. Sowieso immer eine Ecke schöner als auf Low. So, Dramatology Value. Double Speed sogar. Nice. Okay, wo geht er lang? Ja, okay, hier geht er lang. Das ist eine gelbe Bottle. Jetzt bin ich sogar etwas schneller als er. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Dieser Loop ist so witzig. Kann man einfach drüber springen. Ah, hier ist eine Palette. Super. Ho, 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 ho. Ich komme auf die schwarze Liste. Für mich gibt es so Kohle am, äh, am Weihnachtsabend. Oh no. Bring around the Rosie. Scheiße. Erster Haken aber. Oh, save the best. Aus mir bekommt er jetzt nochmal einen Poploss Weasel. Den würde er bei dem Generator dann anwenden. Oh, du musst dich farben. Keine Sorge. Ich hätte mich eh nicht getötet. Ich bin nicht wie ihr. Das zum Beispiel. Ich, äh, er weiß nicht, wo ich bin. Also, durch meine Scratchmarks, ja. Aber jetzt konnte ich einfach seine Aura sehen. Und weiß, in welche Richtung er ungefähr ging. Also, ich weiß zum Beispiel jetzt, okay. Er geht nicht für mich. Bedeutet, ich kann jetzt gleich direkt wieder hingehen. Zum Generator. Außer er loopt da. Das kann natürlich auch sein. Ja, weißt du was? Ich mache einfach den Generator hier. Im schlimmsten Fall habe ich nämlich noch Shag da vorne. Da vorne ist der Nickel ist. Und der bringt ihn zu mir. Heizt mich? Danke. Das ist nicht Sanako. Ich glaube, du vertust dich da. Scheiße. Ja. Zumindest haben die den Generator da vorne fertig machen können. Sonst hätte er direkt den nächsten Pop-Groars-Weasel abbekommen. Gut, äh. Aber der Killer kommt wieder. Nicht gut, nicht gut. Jetzt wäre tatsächlich eine Option. mich selber zu heilen. Ich kann ihm mal zeigen, wie es geht. Ihr daunt euch selber. So. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ging irgendwie nicht. Er kann mich nicht sehen und nicht hören. Und im Idealfall kann ich mich gleich aufheben, heilen und bekomme einen kostenlosen Sprintboost. Solche Momente sind richtig gut. Also wirklich perfekt. Der Perk ist schon sehr, sehr cool. Also, man kann so viel mit ihm machen. Der hat sehr viele Use Cases, in meinen Augen. Nicht so stark, aber hat tatsächlich einen Nutzen. Und das mag ich. Und trotzdem macht es Spaß, ihn zu verwenden. Ist jetzt nicht so, als wenn der Killer sagen würde, Oh mein Gott. Hat er gerade ernsthaft Plotwist verwendet? Was ein Entitled Survivor-Main. Ne. Solche Situationen würde es nicht geben. Also, wahrscheinlich auch, aber primär wird man dann doch appreciaten, dass man so ein bisschen außerhalb der Meta äh, probiert zu spielen. Ja, der kommt wieder. Okay, ich benutze mal eben meinen Dramatology. Diesen Scream zum Beispiel hat der Killer nicht mitbekommen. Wahrscheinlich nicht mal gehört. Daher, die Downsides des Perks sind gar nicht mal so große Downsides. So, dann mache ich einfach den Generator hier für die Blutpunkte. Aber das Match ist eh vorbei. Ja. Low Profile Akt aktiviert. Dann würde ich sagen, renne ich mal eben in Richtung Main Building. Ah, er hat gecobied. Gut, weiß was. Dann gehe ich hier mal rein und hoffe, dass er mich nicht gehört hat. Okay. Der Killer möchte auch gar nicht committen. Ich glaube, der möchte nur lieber mich finden, weil er weiß, dass ich Dead Unhook bin. Ich heile eben den Nicholas und dann renne ich zum Killer, weil ich möchte das gar nicht in die Länge strecken. Das Match ist vorbei. Wir können halt wirklich gar nichts machen. So, benutzen nochmal eben Dramatology. Was bekomme ich? Nice. Einen Scheißrecht bekomme ich. Gut. Er hat sich das auch erledigt. Ja, wo ist er? So, hier. Down mich. Danke. Denn darauf hat er die ganze Zeit abgezielt. Der wollte gar nicht den anderen Nicholas finden. Der wollte einfach mich haben, weil ich Dead Unhook bin. So, hakt er mich jetzt auch fest oder macht er eine Weltreise? Oh, danke. Thank fucking God. Er hakt mich fest. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr enjoyed das Chapter. Lasst gerne ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, kommt gerne in meinen Discord-Server-Link dazu in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Video.